um er hätte ich hätte er hätte sich da hoch der 1 geht sich das er hat mich schon wieder das war die spitzkirche er hätte ich nicht weder Tötter wollte natürlich sein habe ich nicht ich muss mich jetzt noch so ist mein Wolf Prozent ich hab das hat sich nach oben gehen können wirklich ist es sehr gut auch scheiße ich glaube der war damit das gab zwei Wölfe das Leben Scheiße zu Pell und Tupac 9 und sei die hat die Wollte doch der Wollte doch was ab weil du machst ein Problem was er guck mal in die Truppe da was davon beinnt ist Prozent das ist nicht das ist nicht mehr als doch das ist meins ich weiß auch nicht sehr egal ist die Zeit für ihr alles ich habe ganz sicherlich der Gold er hat sich da nicht über was alles in den Ofen reiht ich habe ihr mit ihr Gerüstung ich weiß nicht warum ich eine Rüstung anhaben ich hab sie guck mal er Peter Wetter ist nicht gut wir brauchen helles Holz haben wir helles Holz ja und so brauchen wir das Holz wegen unser Haus hey hey hat die Fahre die Schüttel und das ist jetzt das was er hat okay ich brauche ich auch er das aber nur das Eiter die Welt hat er sich um das ist so was ich jetzt schon die ganze Zeit machen wollte ich mache jetzt mal druckplatten von so hohe bitte nur der stahl über die andere die mag ich nicht so aufs gemüt der bach hat einer aus holz warum nicht da könnte doch alle reinkommen der Rudolf steigen könnte auch viel hier reinkommen ein tt-block da würde ich ein bisschen vorsichtiger mit sein epic fight vs. the creeper und der ist tot er wie fast wieder schon bei der 15 11 wieder gefahren weggebracht mit dem ich fünfer getötet der ich hatte 25 leite muss er jetzt wieder im dix bleibt der hauswürdig erzahlt getötet du hast mich auch getötet da habe ich weiß dass er gesagt dass wir wollen er ist wohl ein das Ziel aus dem ersten wir können uns auch drauf an drauf einigen dass einfach keiner weil eigentlich müssen wir beide er hat wir sind heute sehr ich habe wollte ihn an der so haben wir dann ja wir haben noch schlitzend der noch preisende größer muss man kopf weil schon so gut ein guter was wir zu tun da ist ein Volk weiss ich verlast keine Ahnung was ist ob er hat ja auch nicht wohl hier ja genau hier ist die ich habe da kommt man hat eben nicht ich hab jetzt hier gegen das Vieh bei Wolfen hilft mir auch nicht der hilft mir einfach nicht aber wenn ich dich jetzt einmal schlagen würde Milch macht der Wolf dann ist ja Wolf aber Agro da tötest du mit den Wolf und da hat wieder keiner an Wolf so Wolf geht's bitte hier rein ich der Wolf so ja der Wolf ist so schlau Wolf 1 sitzt so ich hab wieder drei Knochen was kann ich jetzt machen ich kann mit dem zweiten Wolf holen aber ich muss erst mal gegen zwei Spiele gleichzeitig kämpfen was ganz schwer ist so und dann haben wir jetzt ein Netoportal ja jetzt schon das geht auch schnell das ist die Folge ist ja wirklich total äh professionell nein total äh hier produktiv gesagt gratis den wir immer mit boah das wäre geil wenn wir noch so ein richtig geiles dann schon finden wir mit ich will mal so ein Dings finden der Wieser der Wieser der der hat sagt ich glaube ich bin ich bin der Wieser 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 da komme ich mit dem Wasser das ist hey der ist so wichtig oder ja der Wieser so ich gehe mal in den Niedern die Gtb der Wieser geht zu dir auf die Flasche ja ich bin der Jahre das war jetzt sagt die Kinder die Eterbett hier da können wir es machen ja aber ich nehme die aber ich lasse dir spitze hier und nehmen die Eisenspitze die 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 der Wieser weg Kostin als Spitzverkehr am Rheinlust 6 es hier erhebt ist ja er kommt jetzt der Punkt ist nicht ja jetzt hätte ich lieber weg Sattetbettbett spät ist auch und manche gibt es noch was schönes ich gebe noch was schönes die Arzt für dich bezahlen danke ich brauche aber ein ich brauche aber durch die Erkrankung da habe ich ganz abzunehmen Trotter Lerner Alter bereits so Probleme komm ich in der Erkrankung der Erkrankung ich bin auch verdammt man schmerzt auch was kaputt und ich mach mal für zwei drei aber ich bin voll tief gefallen man schmeiß ich jetzt einfach mal weg die Seite Perle komplett der Welt ich will da die geile Perle ich so hier und so ist er hier ist ich hab schon alles, hey, wie so kann ich das sagen, ja, gut, danke, wir gehen jetzt los ja auf ins NETA oh alter, oh, direkte, na, alter, das ist ja voll, es leck, es leck, es leck, es leck, es leck nicht mehr, gut lass mal zusammenbleiben, ich hab leider nichts, was irgendwas heller machen könnte haben wir eine Fackel dabei? Wir brauchen jetzt das, ja, ich hab welche es gibt immer eine, es gibt immer eine, die es jeder hat halten kann wir kriegst gleich drei noch mal so einer, aber, okay ich baue hier den Kloster ab Kloster von der Wind, endlich mal Kloster, Glüsensteiner das sieht ja voll geil aus, jedenfalls ich hab schon mit wollen wir hier ein Haus bauen ich hab die sie und muss alles mal ausprobiert haben ja, können wir ruhig machen, wenn du willst, aber aber noch nicht jetzt hier, der Brick sieht auch so geil aus das wird, wie hier, ist auch neuerlich, das tut und da gibt's die erste 1.6 hier, die gibt's erst in der 1.6, das war abdeckt, nein nee, zappt, wir sind, nee, zappt, wir sind nee, zappt, wir können aber zurückkommen, wenn wir da 1.6 sind, aber ich weiß nicht, ob die da hier drin sind, denn ich glaub nicht nicht ich glaub nicht ich baue grad nicht erwarten ab siehst mich ich sehe, wie du die da warst abbaust cool, ey hier ist Quarz auch Quarz das es braucht man auf jeden Fall komm mal her, hier du geiles, not geiles sexy skid neulassend blaze ich brauch deine Lohnrute geile ne geile Rute ja dein roten Stab ja das brauche ich was ist das oh geil, Mac mal schleim schade nur XP was soll dir auch tun was macht die eigentlich jetzt, jetzt. blaze Spawner blaze Spawner da ab, bringe die Erfahrung ne, ne, ich hätte die Blazes hier mach das ich erhau dir schon mal weiter bisschen ich höre Gott ein komisches Geräusch, wenn irgendwas kommt Leut, 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 Zweigesport, egal, wie ich hier diese Teile abgebaut habe was mache ich hier eigentlich, Leute so, okay, jetzt habe ich drei Lohnrouten, das reicht okay, irgendwie bringt es jetzt hier nichts ich gehe dann hier lang ich erkunde hier mal weiter Leute, das ist ein Widerskelette wow, 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 wow Alter, die sind stark, Leute, ich muss weg, ich will jetzt nicht hier im Neter sterben, ne, wenn ich du wär ne, aber jetzt sind auch ganz viele Neter warzen Wogenwärts nicht, ich will ein bisschen sehen, dann weg mit, weil sonst, sie nirgendwo wachsen, hier sonst kann man besser mit einer Schaufel abbauen, ne wo wir brauchen Neter warzen eigentlich Neter warzen zum Brauen, ja, aber sonst noch für irgendwas anderes ne, das ist ja dann voll nötig doch, Brauen ist ganz gut, kannst du dann Unsichtbarkeits machen ja, das brauchen wir auch, oder brauchen wir das? ja, können uns, kann uns keine Viecher sehen, das ist gut ja, und wir können uns gegenseitig schon, ja, das macht aber nur du so wie ich weiß ja, du bist ja hier Pussy nee, ich finde es, ja ich könnte auch richtig heftig treuern, dann stirbst du dabei, das will ich nicht ja, ich sehe da hinten Quarz, erz, aber ich muss mich dafür rüberbauen ich will mal abnehmen, weil hier sind nicht viel Lass mich schlafen das Hälschte vor wir sind wenn wir es ein Lied bei bei meiner Netze also ist richtig viel Quarz das ist auch nicht all diesen Skeleti zu tätig Töte ist das kann ich ihr Held mit drei Schwingen der HWCF der Steinschwert getroppt da war es mit der Saar des Verlustes die Skeletten der Prüsi mit drei Schlägen mit dem Steinschwert tot oder vier Schläge ich war und es war noch er zeigt die ich habe gesagt ich finde hier ein Portat zu Ende aber das ist hier nur der Hauptfeld falsche Welt so weiter geht's er sagt er wird verletzt aber weiter dunkles Neter gehen und er ist aber es ist das nicht egal aus das könnte man sich dann irgendwie aus Popsidien machen Popsidien die hier hat der Popsidien so das kann man dann aus Opsidien und schwarze Wolle machen dann macht man Popsidien und dann macht man sich daraus dass schwarze Neter-Porter als schwarze Neter-Porter in ein noch schweres Neter wo da alles schwarz ist ja was finde ich jetzt einen von diesen Schweinen hier angreifen tötet mich dann alle ja alle laufen dann auf dich zu und wollen nicht töten aber ich sehe hier nur zu drei, vier, fünf ich baue dann mal lieber hier das Quarz auf das war die Strecke sind jetzt das Quarz abbauen und dann aus Versehen dabei ein für den Schwein hitze bin ich tot Alter jetzt habe ich mich nach unten gewonnen hab ich lebe noch ich bin tot aber ich lebe noch äh ja ganz richtig also wie soll ich die jemals wieder zurückkommen ich bin irgendwie ganz tief gefallen ja cool ey findest du das wirklich? nein das kommt hier dann hochbauen zu dem Geld Quarz das ist auch ganz Quarz ja braucht man ja ja er hat sie so viele Fakern gemacht ich okay ich hätte noch mal die Ecke aber ich habe auch ich habe ich habe gar nicht zu essen mitgebracht oder doch nicht es ist nämlich sehr wichtig in Minecraft ja weil es ohne Essen gibt man nicht wirst du das schon ja gerade erfahren ja von wem denn hm weiß ich nicht von um zu spacken ja wie MMM PK AHPK das erinnert mich an was anderes ohhhhhh Alter wie ohhhhhh 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 ich bin ich kenne es acabar geben hier macht mal bath nel ich bin ich bin er oder ich bin W Paw du ich bin das war dagegen kämpfen okay wir müssen uns zurück